Uuuuh, uuuuh, hey yo, was geht ab? Willkommen auf dem zweiten Kanal. Heute reagieren wir auf etwas, was sehr, sehr gruselig sein soll. Und zwar hat mein Freund mir gesagt, dass ich mir das angucken soll. Und es heißt Black Rooms. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hab nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Black Rooms. The Black Rooms. 34 Millionen Aufrufe. Found Footage. Also ist das echt. Es ist 23 Uhr. Ich bin ein bisschen, ich hab ein bisschen Angst. Ist das ein echtes Gesicht? Uuuuh, ich wette, der schwarze stirbt zuerst. Ach nee, das war nur eine Maske. Äh, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Okay? Yeah, yeah, yeah. Woah. Woah, 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 woah. Black Rooms. Black Rooms. Short Film. Also ist das echt oder nicht? Weil da steht jetzt ein Kurzfilm. Hello? Sieht ein bisschen aus wie meine alte Schule, um ehrlich zu sein. Hello? Hey, Leute. Aber halt nicht so groß und nicht so weit. What is this? Oh, das sieht schon viel gruseliger aus. Nein, kein Jumpscare. Bitte. Bitte kein Jumpscare. Hello? Oh, da war was. Ich schwöre, da war was. Nein, warum dreht er sich so langsam? Warum drehst du dich so langsam? Nimm doch einfach die Kamera und dreh dich vernünftig wie ein Mensch. Kein Mensch dreht sich so. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ah, okay, doch kein Jumpscare. Oh. Hä? Bitte kein Jumpscare von der Seite oder? Oh. Okay. Ich habe irgendwie mit Jumpscares gerechnet. Aber es sieht einfach alles nur sehr verstörend aus irgendwie. Weil es so lang und labyrinthartig ist und alles gleich aussieht. Was ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen in einem normalen Gebäude. Ich habe Herzangst. Ich würde das nicht aushalten, nicht zu krabbeln. Krabbeln in engen Räumen. Das ist ekelhaft. Das ist eklig. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie Angst davor. Ich höre was. Ich höre mich. Hallo? Ach, es war er selbst. Da war was. Ich schwöre, da war was. Rechts, rechts. Jetzt links, boah, nein. Genau da. Da war was. Red ich nicht weg. Okay. Ich sehe Pfeile. Ja. Ja. Ich weiß nicht warum ich mir das gerade anschaue. Ich werde schlimm schlafen. Sehr schlimm. What the hell? Don't move. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yo, yo, yo. Lauf weiter, Junge. Lauf weiter. Dreh dich nicht um. Oh, die Geräusche, die auch von diesem Monster kommen. Kein Jumpscape, bitte. Oh, nein, 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 nein. Nein, das wird lauter. Spring, spring, spring bitte! Ist das eine Pommes? Wie lange war die da? Ah, die ist schlecht! Hat das Monster sich nicht runtergetraut? Okay, das könnte jetzt ein Haus sein oder so, so ein Keller. Geh einfach hoch! Was sieht normal aus? Uh, macht er das? Das sieht jetzt wieder nicht gruselig aus, finde ich. Okay. Okay, ich nehm's zurück. Das war gerade irgendwie so ein Innenhof und aber überdacht. Hä? Yo, gar nichts in diesem Video macht Sinn. Warum hat er die Kiste nicht geöffnet? Öffne die Kiste! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Er hat einen anderen Weg genommen. Er ist ja niemals da drüber gesprungen über diese Schlucht. Bitte sei was normales hinter der Tür. Das ist der Anfang! Er ist wieder am Anfang! Das Monster! Das Monster! Nein! Oder aber er findet jetzt raus, weil es der Anfang ist. Oh, komm nicht gut! Ein Elefant? Hört sich wie ein Elefant an! Riesig auf jeden Fall! Hey, Junge! Hä? Was ist das für eine komische Gestalt? Ein gruseliges Monster, aber... Aber auf Diät und auf Krücken? Bro, woh! Geh einfach weg! Leise! Oh, nein! Kein Jumpscare! Oh, nein! Nein, nein! Oh! Oh! Und die Kamera wurde dann gefunden. Wow. Ich werde nicht lügen, ich habe mir fast in die Hosen gepisst. Gibt es irgendwie ein richtiges Spiel zu dem Video? Ich würde spielen.